Ja, warte, ich komme auf der Zündung. Oh nein, jetzt war blutig. Ich habe nur noch zwölf Schuss, aber ich versuche mal ein bisschen zu unterstützen. Alter! So. Weg hier, einfach weg hier. Lauft ihr zu Fuß weg? Ja. Ja, er hat zu Autos zu Schrott gefahren. Ich pin volle Kalle in die Wand rein, weil der Wendekreis so groß war. Da, also... Äh, warte, ich sag's nicht sofort, wir sind am rechten Ausgang. Ach, hab ich ein Schwein, Alter. Genau, am rechten Ausgang sind wir. Äh, da am Ende der Brücke, oder was? Ja, genau. Park aus? Äh, ja, wir sind genau da, wo die komische Biegung, also wo die Straße sich teilt, so. Wo es einmal rechts zur Brücke hochgeht und dann links in Richtung... Ja, ja, genau. Ja, ja. Und wer fahrt da mit dem Auto rum? Wenn du weggehst, kann ich ja lieber fahren. Dahinten siehst du ein Mündungsteuer, siehst du das? Ah, ja. Und massisch rote Augen, mehr seh ich da nicht. Seht die beiden? Da kommen sie mit dem Auto. Ne, da kommen wir nicht. Ne, ich komm nicht mit dem Auto. Ich bin irgendwie noch hier oder so. Alles egal. Ja, ich seh dich. Weil mir ist alles schwarz. Ich kann nicht sprinten, weil ich mir das eingebrochen habe. Ich bin da von der Brücke gefallen. Ne, ich hab einen Hustensaft. Warte, 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 warte. Geht hier noch ein Splinter ist es nicht. Was hab ich denn noch? Ich hab hier noch einmal Tablets, die dropp ich dir dann. Ich hab hier noch was zum Heilen. Ganz viel. Was brauchst du denn? Ich hab mich einfach hochgetrinken. Das geht schon. Mal hier, ich hab hier Penkelas. Zwei Pakete. Mach mal. Penkelas reichen. Den Rest halte ich einfach so hoch. So. Wir brauchen mal Kisten oder so'n Schmarrn. Und wir brauchen mal Munition oder so'n Schmarrn. Ja, die kann man ja craften, wenn man das bestimmtes gelernt hat. Ja, das Problem ist... Wer hat mich denn jetzt gerade angestupst? Lucky. Hat jemand Platz für eine P90? Hat jemand Bedarf an Civil Ammonation? Ich bräuchte Military. Möchtest du... Die haben, dann nehme ich gern die andere. Na gut, ich hab noch Colt. Was denn, das da? Das Ding da. Nein. Das ist kacke. Nimm's nicht, nimm's nicht. Also ich mein, das ist garantiert geil, aber... Wo fahren wir denn jetzt hin? Also ich nehme lieber die hier, ne? Hast du da? Na, K. Hat einer zu viel, aber ist so ne Magnum? So was wie ne Dragunov. Was hab ich? Was haben wir? Hat einer ne Magnum? Also ne S. Oh ja, du hattest doch vorhin die Dings. Die, ähm... Das Scope. Was hab ich? Den Bogen hab ich, ja. Hab ich auch. Nein, das, das, das 8-fach Scope. Hat's doch vorhin. Äh, ach ja, stimmt. Moment. Äh... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Äh, Nico, hier ist noch dein... Lucky, du stupst mich an, ob ich ihm Rechte geben kann. So, da unten. Ich glaub, Eisbär hat die Cudi Rechte, er hat Lucky die Rechte wieder, äh, weggenommen. Oder warst du das, Nico? Äh, nee, war ich nicht. Okay, dann kriegt er jetzt, dann kriegt Lucky jetzt von mir Rechte wieder, ja? Oh, Alter, ist er ein geiles Scope. Äh, falls er da braucht, gibt es so ne... Civilian Ammonation Box. Warte, ich geb Lucky mal Rechte. Hab schon. Lucky kriegt kein... Nix. Gib es nicht. Nein, Lucky's Gruppe ist aber keine rechte Gruppe. Das ist das Problem, Lucky braucht den Server-Admin dazu. So, was kann ich denn alles craften hier? Ah, ich kann mein, äh, mein, mein, ähm, Revolver-Clip immer wieder auffüllen, wenn ich hier dieses Civilian Muni habe. Nee, Muni-Münungsfeuer, ne? Nee, das ist dieser Schnellfeuer-Ding-Sin da. Was macht, lass dir jetzt das Ding hier liegen, oder was? Die ist kacke. Die streut einfach nur. Oh, das ist der Muni. Äh, ja, ist auch der leer. Ja, egal. Füll ich wieder auf irgendwann. Braucht jemand, ich frage jetzt nochmal, irgendwie, braucht jemand Civilian Ammunition? Äh, ich hab zwei Boxen. Das Problem ist, ich hab keinen Platz mehr, sonst würde ich's nehmen zum Wiederauffüllen jedes Mal. Ja. Ihr könnt die zwar gebrochen, aber ich hab keinen Platz. Was auch, ich, äh, ich hab halt auch 15, ich hab halt noch 15 Schuss. War mal kurz. In dieser Civilian Box. Ich leg die jetzt einfach hier hin, weil ich brauch die eigentlich nur für die Colt, und die Colt, die schmeiß ich gleich weg, weil... Ich hab die Avenger, und... Gucken, dass ich irgendwie Platz mache. Warte kurz, warte kurz. Passt, hab ich. Hier liegt noch die Dragonfinger, also das MG. Weiß. Willst du dich jemanden haben? Nicht. Das Lustige ist, Civilian Ammunition ist in der Sharpshoot drin, also in dem Sniper. Okay. Von daher ist das richtig gut gewesen, ich konnte grad mein ganzes Magazin auffüllen. Hab jetzt wieder volle Magazine für die. Ja, ist doch gut. Dann sind wir doch alle glücklich. So, sollen wir jetzt mal... Ich hab ganz viel Holz dabei, und, äh, ich weiß nicht. Ja, dann, ähm, fährst du Chaos? Wohin denn? Ja, zur Base. Zur Anfangs-Base, sagen wir es so. Alle rein, Dana. Ich bin drin. Everybody, let's go. Ja. 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 Woll ich jetzt irgendwie... Kann man echt Licht einmachen im Auto? Äh, ja, rechts. Rechte Maustaste. Ja, oder B. Und links ist Hupen. Also wenn mir jetzt ein Somi einen Weg läuft, dann hupe ich einfach, ja? Hab's da. Äh, Nico muss mich so ein bisschen... Ich glaub, ich bin noch richtig, und dann die nächste rechts wieder, und dann raus, aber... Ähm, hier, genau, hier lang. Jetzt wieder... Oh, guck mal, rote Augen. ...wieder links. Jetzt geradeaus, oder? Ja, geradeaus. Ja, genau, geradeaus. Ich hab extra nichts umgefahren, damit das Auto nicht so viel schaden, ne? Alter, nicht, dass die uns bis zur Base folgen, ne? Ne, ne, so lange folgen die nicht. Rechts? Ja. Die haben zwar einen großen Radius, aber, ähm... ...und jetzt da oben zum Turmhoch. Da oben oben auch, ehrlich. Ja, ich muss hier gleich rechts irgendwo rauf, genau. Mehr, wenn... Ist das nicht geradeaus, fast? Äh, ich weiß nicht, ob ich hier... Ja, da den Berg hoch, da den Berg hoch. Genau. Nico, dein Sniper geht durch den Sitz von... Chaos. Alter, nimm das Ding aus meinem Mund. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Nimm das Ding aus meinem Mund. Aus meinem Rücken, sag ich. Ach so. So, Jungs, erstmal Licht anmachen. Stopp, 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 stopp. Was haben wir denn hier? Eine Machete liegt hier auf dem Turm. Wie habt ihr diese Foundation gebaut, also hier? Genau, das frage ich mich auch. Ja, haha. Hat die ganze... ...versuch, die neue Survival-Welt... 100 pro... 100 pro hast du Holz gefällt... ...und hast dann angezeigt bekommen, was du aus diesem Holz machen kannst, oder? Richtig. Siehst du? Ich hab's mir die ganze Zeit gedacht, aber ich wollte es nie machen. Alter, ich hab... Romy, was hast du für ein Bart? Das ist ein geiler Bart, ja? Ja? Haha. Hier zu mir, Mario! Ich hab's hier oben auf dem Turm liegen noch zwei Macheten. Äh, ich hier. Ja, ich komme. Ja, warte, lass mich erstmal runterkommen, dann kannst du rufen. Alter, wie du die Pro-90 da unten hängen hast. Das kann ich nicht sehen. Naja, auf jeden Fall. Warum hast du hier jetzt ein Feuer auf dem Holz... Ach. Holz kann ich anbrennen. Guck, jetzt hab ich ne LP5 am Bein hängen. Auch nicht schlecht. 39% mach jeder. Ähm, ich hab das hier noch, warte mal. Ich schmeiß mal eben was auf dem Boden. Das lag nämlich auch oben auf dem Turm, aber ich kann es nicht gebrauchen. Da. Hier liegt Ranger Ammunition. Schon wieder? Hab ich auch. Ja, ich weiß halt nicht, wofür die ist, also für welche Waffe. Ich hab einen Mech davon, von der Ranger. Aber ich hab die Waffe nicht. Die 23% Machete. Wir brauchen unbedingt... Wer hat gerade Platz im Inventar? Ich nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. Der wird zwar gut, oder? Was brauchen wir denn? Wir müssen ne Kiste bauen, auf jeden Fall, wo wir erstmal Zeugs reintun können. Ja, stimmt. Dann macht man nur Holz und Sticks. Ja, da kann man ja hier im Baum irgendwie mit der Machete klatschen. Schlimme, ich hab keine Hose an. Dann musst du halt mal ändern. Das geht ja gar nicht. Ich hab mir keine Leistung. Ich hab keine Hose hier, ey. Unmöglich sowas. Man kann eine nackte Mann nicht in die Tasche greifen. Ja. Der Baum fällt... Der, der fällt nicht. Du brauchst wahrscheinlich echt ne Axt. Man kann das auch mit ner Waffe abschießen, den Baum. Das geht auch. Ja, aber mit ner Machete müsste das doch auch gehen, oder? Hat irgendjemand was zu essen? Ne, aber ich hab jetzt was zu trinken. Ich hab mir nämlich hier die... Vergammeltes Essen, sagen wir mal so. Oh, ja, hey! Hui, 20.000 draufgehauen. Yeah. Zeig mir, wer der Baum ist. Oh, warte mal. Wer kann denn am besten... Warte mal. Zeig mir, wer der Baum ist. Haut der raus. Hat mir ne Säge, also so ne... Ich hab ne Säge, ja. Ich muss jetzt nochmal eben hier. Skills. Was noch brauche ich denn? Äh... Base-Build-Tablets. Ja, ne? Rafting. Zack. So, dann kann man nämlich hier mal eben direkt hier weiterbauen. Raft. Was brauchen wir denn? Wir brauchen erstmal... Ich glaub, man braucht fünf... Äh, Planks und... Ja. Ja, ich muss doch erstmal gucken, wie war... Wo ich jetzt Planks herkriege. Planks bekommst du, glaub ich, mit ner Säge aus den Woodlocks. Genau. Ja, ich gucke unter welchen... Unter welchem Punkt das hier ist. Auf diesen Zaun-Äh-Symbol, da müsste das sein. Auf dem Zaun. Das ist auf diesen... Das neben der Munition und... Genau. Hier. Das ist ne Pine Barricade. Das ist bei Gear, da. Was? Bei Gear? Ja. Nix aus. Ein Block, drei Planks. Ja, ja, da. Hier ist noch ein bisschen... Hier ist noch ein Block. Oh. Ja. Kraft... Mechanism. Keine Planks hab ich hier. Äh, warum liegen die jetzt unter mir? Weil du keinen Platz im Winter hast. Ach, perfekt. Ähm... Ja, was brauch ich denn für ne Scheißkiste? Und wo krieg ich die her? Sag mal. Das ist die Frage. Du musst du craften? Nämlich kann man kurz... Es kann... Es kann sein, dass man du... Dass du eher... Dass du eher skill-Punkte in äh... Verschiedliche Punkte verteilen musst. Ja, warte doch mal. Du brauchst nur einen Skill bei Crafting, glaub ich, dafür. Ähm... Romjord? Kann das sein, dass äh... Der Stream schon wieder nicht läuft? Äh... Doch, bei mir läuft er. Ach doch, läuft. Ach doch, läuft. Läuft, läuft, läuft. Alles gut. Ja, bei mir hat er auch gerade gebuffelt, deshalb. Ich hab immer neu geladen. Das nervt mich total. Ich meine, ich hab gerade einen zu hohen Ping im Spiel drin. Das krass ist einfach, weißt du. Bei Minecraft läuft's die ganze Zeit. Und dann so ne Scheiße, weißt du. Übrigens, hallo Eisbär. Äh. Ich dachte, das Spiel ist scheiße. Warum tust du jetzt so ne An-Kappa? Höhöh. Muss man hier was auspacken, damit ich hier, warte mal... Ja, Chaos, hast du, hast du Scrap Metal dabei? Naja, ein bisschen was. Ich hab mein Bad versteckt. Ich hab mein Bad versteckt. Oh, jetzt, guck mal, ich baue jetzt erst mal ne Kiste. Verdammt. Ich baue, ich baue die Weed Seeds an, okay? Die da auf dem Boden lagen. Sehr gut. Äh, wollt ihr die an einem bestimmten Platz oder ist egal. So, ich stapp' auch jetzt hier einfach ne Kiste hin, ja? Ja, aber lass mich die Sachen wegnehmen. Die Seeds haut die am besten irgendwo hier unten hin, würde ich sagen, am Auto, oder? In der Nähe. Ja. Oder hier hinten, bei den Bäumen hier, erst mal. Ja, das war auch ne Idee. Na, so richtig viel ist da ja nicht drin ans Deutsch, ne? Ja, ich, können wir doch zugreifen. Bist du eigentlich? Ne, können wir nicht. Hä, warum das denn nicht? Normalerweise ja. Hat jemand Fertilizer oder sowas? Ach, weil er da drin ist. Weil er da drin ist. Lieg ich in die Kiste. Warte. Ja, ich packe gerade die ganze Medizinscheiße hier in die Kiste rein. Sonst, dass ich schlepp die, hätte ich derzeit schon mit rum. Oh, ich hab Eier in den Mund genommen. Aber wie viele verschiedene Tabletten gibt das eigentlich? Ja. Guck mal nach oben. Ich hab mein Bad versteckt. Lass mich in Ruhe, ich hab mein Bad versteckt. Weed Seeds und so, ne? Ihr habt noch Seeds. Da lagen ja auch Seeds noch rum. Ja, ich hab noch ein paar Seeds in der Tasche. Ja, ich auch. Die packe ich jetzt halt auch hier in die Kiste. So, ich guck mal, was ich noch auspacken kann jetzt hier. Oh, hier. Wenn's gleich hell ist, müssen wir auf jeden Fall mal nach Scrap Metal und so weiter suchen. Ja, das kann ich auch hier reintun. Kann man nicht irgendwie Wegpunkte setzen? Wir brauchen mit Scrap Metal. Ne, kann ich nicht. Ich kann keine Wegpunkte setzen, ist ja übel. Leider nein. Gut, ich glaub, ich bin erstmal so weit durch. Mal reingucken jetzt. Scrap Metal brauchen wir zum Reparieren von Waffen und Autos zum Beispiel. Ja, ich hab jetzt alles, was ich hatte, in die Kiste getan. Moin, Kev. Kev ist kein Thema. Ich hab eh ein bisschen Probleme mit dem Stream. Ich weiß nicht, warum. Ich hab eben eine Stunde Minecraft streamen können ohne Probleme. Und komm, mach ich an, turn dran. Hab ich schon wieder 474 verworfene Frames. I like it. Ich bin mal ganz kurz weg. Jo. Alles klar. Jo, Kev. Einziges freier Tag. Dann werde ich das irgendwie ausgenießen. Äh, ausdingenzen. Ausklingen lassen. Morgen arbeiten. Aber es geht soweit. Ich hoffe, bei dir ist alles klar. So, jetzt holen wir mal was essen hier. Ja, was ist das denn hier? Ah, okay. Was? Ich hab nichts mehr zu essen mit. Was ist denn Dressing? Wir müssen unbedingt gleich Essen holen. Ja, das auch. Das krasse ist halt, dass es jetzt vergammelt auch. Also die Prozentanzeige da dran. Das find ich schon krass. Wieder da. Für B. Alles klar. Ah. Ach das, ach ja. Mehr Medizinkram. Ah, ich nehm mal den Viertel, also kurz damit. Auf jeden Fall alles, was wir als Seeds umwandeln können, würde ich erstmal als Seeds größtenteils umwandeln. Weil umso mehr Felder wir haben, umso mehr trinken können wir. Ja, es war nicht viel Minecraft, Kev. Das war halt wirklich... Du mal jetzt nicht viel Smaker da rein. Ja, komm. Du musst dann hinterher rennen. Die Smaker war welche? Äh, die P90. Ja, wer die nimmt, ich hab noch Magazin dafür. So, und wie kann ich jetzt Sachen in die Kiste tun? Indem du F drückst und dann Sachen da runter ziehst. Ach, da unten ist Storage, alles klar. Das hab ich gesucht. Oh, das ist ein Magazin. Das ist das. Auch Magazin. Kommt hier unten mal mit rein. Hier war das mit dem Farm bisschen Wasser. Da hat man aus einer Karotte drei Seeds bekommen. Jetzt kippt man nur noch einen wieder. Okay. Und quasi, wenn das fertig ist, kann jeder das essen. Sandbags. Kann ich den noch da rein tun? Da tu ich da rein. Auch die Dragonfengen muss ich noch rein tun. Aber hast du die doch mitgenommen? Ja. Das ist halt eine seltene Waffe, deswegen. Den dachte ich mir einfach mal mitnehmen. Kann ich schauen. So. Jetzt kann der Nächste an die Kiste. Dankeschön, Dankeschön. Welche passt das denn? Oh, yeah. Nasty, danke für dein Follow. Willkommen bei den Romaten. Ich hab's endlich geändert, übrigens. Romaten. Yeah. Kappa. Nicht Romaten, sondern bei den Romaten. Ich hab ja Romats als Währung. Deswegen. So, ich hab jetzt noch ein bisschen Holz im Inventar. Ich hab mich gerade mal ein bisschen sortiert. Ja. Und, ähm. Hauptsächlich Sticks. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir denn noch? Also wir müssen noch viel. Oder brauchen wir jetzt gerade überhaupt noch irgendwas? Bestimmt noch mehr Holz. Oder so. Wir brauchen definitiv auch Scrap Metal. Weil du da auch verschiedene Sachen draus bauen kannst. Mhm. Ich hab zwei Messer im Inventar. Stimmt. Ja, ich behalte es mal im Inventar. Weil die sind fast kaputt. Weißt du, Kev? Die gehen ziemlich schnell kaputt. Äh. Sollen wir schon mal Lust haben? Ja, gib mal Essen holen. Ja, ich geh mal zu Fuß auf jeden Fall. Dann guck ich mal, was wir hier noch in der Gegend alles haben. Äh. Falls die man, falls die noch schafft, eine Dinge zuzubauen. Ich geh mal die Drag-Fragen da hin. Ja. Wollst du dich mal ein bisschen mit dem Crafting, äh, beziehungsweise mit dem Bausystem auseinandersetzen? Ja, ich bin da dabei. Ähm. Dann nehm ich mal mit. Was? Nee, ich mein hier. Ich geh zum Campingplatz da hinten rechts. Dann bring dir wir was zu essen mit. Warum bin ich hier so langsam? What the fuck? X, drück X. Ah, ich hab mal noch geduckt. Lol. Sag das doch jemand. Okay, wo soll wir fahren? Also Cetel? Oder? Ähm, wir müssen bedenken, wir haben noch Vollmond, ne? Naja, noch, noch. Ja, aber ich glaube, wenn wir da sind, ist es weg. Richtig. Könnte sein, ja. So. Ja, mir egal. Ich würde sagen, wir lassen. Dann können wir ja erstmal gucken, ob alles neu gesport ist. Hier können wir ja erstmal zum Boulevard Golf Kurs gehen. Vielleicht sind dann ein paar weniger. Ja, kommen wir mal kurz in Frank. Diesem Spiel mangelt es an einem 100.000 Tonnen Kran. Es gibt da einen 100.000 Tonnen Kran. In der großen City, aber den kann ich leider nicht benutzen. Gadi, wenn du deine Rechte wirklich wiederhaben möchtest, dann lass solche Scheiße. Ja, okay. Was machen sie denn? Fahr dich mal hier rum. Wenn du es schaffst, ne? Dass du den 100.000 Tonnen Kran da in Bewegung bekommst, ne? Dann Prost Mahlzeit. Aber das kriegt man bestimmt irgendwie gemottet. Auch übrigens, wenn ihr Baseball-Schläger und vier Nägel nimmt, dann könnt ihr so ein Nägel-Baseball-Schläger machen. So ein Peike ist okay, krass. Oh, ich habe eine Igelfeier. Na komm. Ich habe hier von...